Ja hallo Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer David. Herzlich Willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ich möchte heute mal in diesem Video herausfinden, wie meine schweren Becken hier auf leichte bis ganz leichte Schläge reagieren. Und zwar werde ich dazu meinen Vic Firth Dave Freckel Signature Stick verwenden und einfach mal auf die einzelnen Becken ganz leicht und easy draufschlagen und gucken, wie sie denn so reagieren. Und ich würde sagen, jetzt geht es los. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.